Hey, was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush für den Fiktiven und zurück bei Let's Play Freedom Planet 2. Wir sind nun beim Shui-Gon Palast angelangt, wo wir uns mit König Dale treffen werden. Also, da mal rein da, würde ich sagen. Und, hm, habe ich echt, wie ich diese... Fifteen Stock Cost, 20% live, so plus 3% Tag Power, plus... Ja, jetzt habe ich wieder keine Leerdichte. Hm. Was bringt mir das? Wie kann ich das... Achso, okay. Bringt es dann erst jetzt was, wenn ich das bestätigt habe? Nein, das war ja schon von vornherein gefüllt. Hm. Schön. Dann gehen wir erstmal ins Shui-Gon Palast, das wäre jetzt Zeit. Da sehen wir. Oh, hallo? Das ist ein schönes Kunstwerk. Babsi. Ist es ein Typ, ne? Amazing! You, my friend! No, es ist eine Frau. Ich glaube. Ich sage mal, es ist eine Frau. You are my friend, you are art. Your exquisite physical form is surely a divine gift bestowed by the kingdom stone itself. I would ask you to model for me like one of my Perushan girls, but alas, my current masterpiece yet awaits my attention. Tragedy! Das ist jemand ganz schön überdramatisch. To think of all this museum's exhibits in Shang-To defiled by vulgar hands. No, I cannot such tumultuous thoughts ruin my artistic process away with ye full torments. ART! I am positively entranced by the energy-sueding from this piece, simply divine, to honor the memory of the fallen princess of thought for peace in the war of dragons. It's my duty! Ach, das ist die... Gefangen... eine Prinzessin... Eine gefallene Prinzessin... In den Krieg der... Oh, okay. Der Stapler bringt mich nach oben. Danke. Aber da sieht's keiner drin. Wie bringt er bitteschön dann nach oben? Wird er durch Geisterhand betrieben? Aber ja, das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Nur weiter so. Ich störe sie am besten nicht mehr länger. Es ist aber nur sie. Ich kann's grad nicht feststellen. Babsi ist... Klingt auf jeden Fall nach einem weiblichen Namen. Mindy. Ja, das ist auch weiblich. You must be one of GONG's friends. Ja, ich seh's auch gerade an ihrem Gesicht. Es ist so nice to see you make it in the world. Ever since that alien attack has been the talk of the town. Hmm? No more. Hey, you went to Battersea, right? Did you go to the VIP lounge? Was Thunder... Was Thunder Lilling? Das ist nicht Thunder Lilling. Thunder Lilling, hier, tell me everything! Was she as beautiful as the first gentle snowfall of winter with the cold snap of frost that is her inner strength and will... The only... And will that can only be expressed through song? I bet she smells nice too. Ja, das ist ein Typ. Ja. Nothing can stop General GONG, not even aliens from outer space. Wir haben geholfen. I know all of Thunder Lilling songs by heart, never gonna stop. It's my favorite. I also really... Like passive aggressive and wrong turn and gently monkey. Ja, I can't decide. Aber ein ganz schönen Fan. Hm? Hi. I think you're super neat and cool. Okay, bye. Äh, danke. Hey, ich wollte mit dem Junge reden. Geh bitte weg da. Bye. Hey, da ist hier mal ganz schön schüchtern. Hallo? Scamper. It'd be pretty cold if I could announce for Battlesphere Sunday. Igor's my inspiration. Battlesphere Champion may rise and fall, but it's Igor's voice that ushered them on and off the stage. Naja, der hat schon eine richtig coole Ansage gemacht. Oh, you're a Water Dragon. I've never seen one before. That's not weird, is it? Sorry if I'm being rude. Nee, schon in Ordnung. Oh, haben wir... Ist das auch ein ganz großer Wasserdrache hier? Vielleicht. Hallo? Candice. Magnificent Battlesphere! Very much out. Goodness me. But I haven't seen a debut like that since Gong's day. I'm sure... It was his Battlesphere performance that convinced the Magister to recruit him as well. So who knows, what the future will bring for him. Gong used to train in the palace with our king. The boy couldn't swing a sword straight, no matter how hard he tried. And he picked up his shield. The rest of my child is history. Deswegen wurde er zum Schildkämpfer. Ähnlich wie Goofy zum Beispiel in Keen im Harz. We have a good synergy with the big folk. They help us build and fix our homes and we agree not to lift holes in their walls. Jess. Is auch ein... Hör ich noch mal. It's so nice having a fruit market right across the street. People keep saying the fruit isn't as big as its own self. But I think it's perfectly portion. A portion. Ja, wir haben schon mit dir geredet. Du? Lying. So the Avian Museum is asking for donations to get my crystals as soon as they're spilling those viewing platforms for mice and mouse-sized folks. Starting up at the exhibits from ground level is a real pain in the neck, let me tell you. Wouldn't mind going to the balance for your brother. Last time I went there mistook me for a contest and then almost got crushed by a robot baseball pitcher. Pass. As much as I hate getting junk mail from Shang-Mu, I have to appreciate them printing it small enough to fit in our mailboxes. That's the occasion for you. Mm-hmm. Oh, hallo. Mann. Das muss... Ist das eine Frau? On behalf of the Daybreakers, we welcome you to a quaint little town. Daybreakers? We provide spirited souls with honest work. It's quite similar to what the Magister does with his Highlings, except we're much more relaxed in our criteria. Okay. Gut zu wissen. So. Dann mal rein in den Palast. Hier ist ja jetzt alles verschneit. Das war vorher gar nicht so. Hier muss also Winter gerade herrschen. If I had known you were visiting after the Battlesphere, I'd have brewed you some nice pipping hot lawn. Hango tea. Oh. It's a natural sweet tea that boosts the strength and endurance, something that definitely is a Battlesphere at Lee. Oh. Das wäre aber schon schön gewesen. Das hätte ich wirklich... Hätte das vorher gewusst, hätte ich mir das gleich genommen. I wish I could jump as high as the leaner guys are. Well, I make up for it in raw stopping power. Throws won't even get a chance to jump when my whole arm goes through them. Judy, natürlich eine weibliche Kriegerin hier. Ballosphere is a great place to scab out the latest in weapons tech. A clown bot that throws deadly cream pies? Das ist awesome! A lot of Ballospheres at least stick to grappling and swords. So seeing girls with her unique fighting styles is pretty inspirational and aspirational. Shame about the museum. I used to visit it a lot when I was a pup. My favorite part was Wins Exhibition Hall. From swords to early energy rifle prototypes at the museum had some great displays. I still get all tingly thinking about them. Oh, and she had to say something. I haven't seen Dale use his capture cards since his father was still alive. I think they remind him too much of what happened. Capture cards? They've been the signature weapons of the royal family for generations. I'm not really sure how they work, but the prequel anyhow. Mhm. Und auch hier hat die Palette... Also... Hebt mich hoch wie eine Palette. What the... Wow! Was ist jetzt hier los? Ich werde hier hin und her geschleudert. Was war das? Hey! Ich will hier weiter. Ich will mit den Leuten reden! Dann lieber weg davon. Was zum Teufel? Someone's being said and all of our swords I'm holding on to this one. Das ist kein Schwert. Ist das ein Schwert? Ja, es ist eins. The museum got robbed. Stones! First they came out for swords and now they're after the ancient artifacts of Avalice. The nerve of those guys. Ja, so sieht's aus. Ich kann jetzt hier normal durch, ohne dass ich jetzt hier wieder rumgeschleudert werde. Forth, no new world wizard. Okay, okay. Den haben wir schon gequatscht. Okay. Oh! Hier ist ein neues Gesicht. Ein, ja. You want to happen to have the only usual colored shirts with you? For trading, I mean. Okay. Okay. Hier sind ein paar weitere Soundtracks. Und die kann ich mir alle leisten. Und das wär's. Mehr hat sie nicht, den Angebot. Okay. Mit der haben wir auch schon geredet. Das sind immer dieselben NPCs noch einmal. Wie gibt's da sonst nichts? Okay. Good evening, Kingdale. The sun hasn't even set yet. Seems like these infernal devices are useful after all. So, he sent you, did he? Very well. We need you to track down a thief. A large portion of our weapons and steel reserves have mysteriously vanished. And no, I am not imagining things. Steel, huh? Not profitable enough for the red scars. My brother wouldn't steal from me. I'd bust him up good. Anyway, we believe the supplies were taken north. But I don't want to send my soldiers out there until we know who or what we're dealing with. You can count on me, your majesty. I'll get to the bottom of this. Okay, Waffen wurden gestohlen, huh? When I heard about the attack on the Avian Museum, I was almost certain that Spade was involved, hitting a target that big for its valuable is my brother's style after all. Er ist immer noch ein Mitglied der Red Scarves, wie es scheint, und immer noch auf Diebestour. Anstatt dass er an der Seite seines Bruders steht als Prinz. Ich meine, die sehen ja auch nicht... Ich meine, ist er überhaupt ein adoptierter Bruder? Ist er überhaupt adoptiert? Weil ich meine, er sieht ihn ja wirklich kaum ähnlich. Da wir gerade da von, von Familie reden... Es wurde auch noch nicht aufgeklärt, ob Mila bereits ihre Eltern gefunden hat, oder arbeitet sie immer noch einen Trank, mit dem sie in die Lüfte steigt. Ich weiß gerade nicht. Aber, wer weiß, ob das mit den Lüften... Ich meine, wie geht sie überhaupt in Luft? Hat sie, hat sie ein, hat sie im Himmel ein Zuhause? Gibt's da so, gibt's da so ein, äh, fliegendes Zuhause? Ich meine, das stelle ich mir natürlich auch gefährlich vor, weil wenn da mal, äh, der... Wenn, wenn da mal... Die Maschinen aufhören... Also wenn da mal jetzt, äh... Wie soll ich sagen? Wenn da mal, äh, die Flugmaschinen, die das Haus in der Luft halten, den Geist aufgeben, Tja, dann gute Nacht, dann stürzt der Kerzengrad runter... ...mit dem ganzen Besitz... Und, ja, da wird von dir nicht viel übrig bleiben... Da ist mein Untenbiss... I happened to catch a broadcast of your performance in the Battlesphere... ...most entertaining... Ah, to engage in such revelations... ...as, but a simpler, commoner content... I seem to recall my brother participating at one point... ...his illustrious career as a con artist and a thief has his excitements... ...also Spade makes for a... ...poignant stage name... Give General Gong my regards... Tell him, there will be freshly steamed bows waiting for... ...should he decide to pay us a visit... Ja, ja, er stammt eigentlich auch von hier, aber... Er wurde stattdessen der General, der... Ach so, Moment... Ich seh's auch gerade... Wenn ich das hier berühre, ne... Nein... Ich weiß nicht, wovon es abhängt, was ich da... ...wenn ich da jetzt so schnell zurückkomme... Egal... Pascal? Ich wusste nicht, dass du zusammen tagst. Magister hat mich... Also, meine Nose... Ich dachte, du würdest einen Bluthound auf deiner Team nutzen. Detektiv Mela ist auch auf dem Falle! Oder auch... Der erste Rolle des Detektivs ist, dass du deinen Mark nicht wissen willst, dass du da bist! Ist das richtig, Partner? Ich bin nicht dein Partner, Papa. Neela? Bist du sicher, dass du da bist? Wenn du das hier raus willst... Das ist okay. Wir können sich verbreiten, um mehr Boden zu verbreiten. Also, was ist das Sit-Ride? Wir gehen nach Norden. Wir werden wahrscheinlich finden, was wir da suchen. Okay. Lass uns das jetzt übernehmen. Okay, nachher laufen wir einfach auf dem Wasser. Warum nicht? Okay. Oh. Roboter Grab. Robot Graveyard. Also... Ist es praktisch ein Schrottplatz für Roboter? Na schön, dann gehen wir mal los. Ab geht das! Ohohoho, wow! Wenn wir noch so einen Schneeball dazwischen. Geil! Ach, ich liebe solche Details immer. So, es ist doch immer cool zu sehen. Schon wieder dieser schießwürdigen Spackos aus Dragon Valley. Haben wir schon eine Weile nicht mitgesehen. Komm, jetzt mach, dass du die Biege machst. Aber sowas von... Okay, da ist nix. Aber da oben könnte was sein. Wenn ich da hoch gelange... Ach, komm jetzt, als ob. Okay, jetzt aber. Ach nee, da... Das sind nur ein paar Kristalle. Mehr auch nicht. Das hat mich ein bisschen in die Leere geführt gerade. Oh, sei es drum. Ich will ja gucken, dass ich mich möglichst gut umsehe. Ey! Du versteckst dich im Schnee. So, fängt fort mit dir. Hm. Was haben wir denn hier? Okay, nur ein alternativer Pfad anscheinend. Wie die da so weggeschleudert werden, ist echt schon krass. Oh. Jetzt mal, wenn man drauf tritt. Aha. Bis zu einem bestimmten Punkt. Cool. Ach. Das ist sogar... Oh. Der vergräbt sich hier drin. Interessant. Lass gut sein. Kanonenfuzzi. Bam. Voll weg, gell? Schleudert hier. Haha. Und hier wieder als Schneeballer rum. Um eiern. Wo geht's denn hier lang? So, du verpissest dich jetzt auch mal gezielt. Na komm jetzt. Als ob. So, so passt das mir. Die haben keine Chance. Und als Schneeball noch hier die Gegner zermalmen. Ich liebe es. Die Level werden immer besser und besser. Oh. Hier ist mein cooles Gimmick parat. Yay. Oh man, da wird man ganz schön groß wie eine richtige Lawine schon. So. Und da ist der Schrottplatz. Hier sind wir also. Also das Roboter Grab. Wir werden die Teile durch den Magneten hier transportiert. Und da sind einige noch funktionsfähige Roboter. Vielleicht gehen wir mal hier hoch. Das schüttt mir verdächtigt nachher einen Scherz aus. Nein. Stattdessen. Ne. Das ist eine Mahlmühle hier. Noch nicht nett. Hallo? Lass mich hoch da. Wo ist das? Nein. Das kann nicht sein. Er hat den Planeten verlassen. Was? Warte, das war... Schade. 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 Ich werde es jetzt noch schlimmer werden. Was? Ich gebe ihnen nur ein Einweg-Ticket nach Hause. Aufgrund der 100-Bot-Punch. Wir machen es wie Math-Tutore und dividieren ihre Nummern. Ich sehe euch auf der anderen Seite. Das sind wirklich also Bravans, Roboter. Ich glaube es nicht. Ja, der hat den Planeten verlassen. Aber da kann bestimmt für Rache wieder zurück sein. Das heißt also, wir würden wieder Bravan treffen? Ich habe noch keinen Schatz hier. Ich gucke mich doch so... Oh Mann. What the hell? Schade. Dann hinterlassen sie dieses Mal Gas. Oder was auch immer die da jetzt gerade hinterlassen bei jedem Schritt. Ey, whau, wow Hans, wau, nimm mich mit, nimm mich mit. Anh�, geh'n die schnell down. Das sind schon fast Zombie-Roboter... Deswegen hinterlassen sie auch solchen ekelhaften Sachen hier. Das sind wirklich nur noch Zombies hier. Die gehen auch nach einem Stoß down, weil normalerweise braucht man zwei, muss man sie zweimal umwerfen, damit sie down gehen. Die gehen schneller auf jeden Fall down. Deutlich schneller als früher. Das sind also wirklich nur Überreste von denen praktisch. Alter, halt. Lass mich ja mal gucken. Ah, hier bin ich jetzt stehen geblieben. Na gut. Vielleicht werde ich jetzt eh nicht fündig, aber was soll's. Vielleicht finde ich früher oder später noch einen. Oh, okay, das war nur ein Roboter. So, jetzt komme ich aber darüber. Oh, da ist ein Schatz, na endlich. Oh, das ist der Track. Nice. Duschen wieder. Die können sogar hochspringen. Okay. Lass sie mich mal ansehen. Das ist wirklich... Ich erkenne kaum die Gesichter hier. Das sind ja alles, äh, Zombies, ne? Aber auch die gehen mit dem Schneewald. Ja, vor dem Wind schon zu... Bäh, schreien. Die sehen wirklich ganz anders aus. Das sind wirklich nur noch Zombies hier von denen. Haha. Oder Zombie-Roboter. Irgendwie schwierig, äh... Irgendwie passt das eigentlich gar nicht so zusammen. Weil ein Roboter lebt eigentlich auch gar nicht. Ja, schön. Hm? Was ist das? Kann ich jetzt gerade nicht, äh... feststellen. Ah, toll. Da schießt er mich noch ab. Was will da eigentlich hoch? Oh, das wird schwierig. Nee, das geht sich nicht aus. Oh je, jetzt komme ich aber auch noch nicht mal hier hoch, oder was? Äh, vielleicht geht sich das noch aus. Müssen wir nur in den richtigen Moment hinziehen. Ja, es geht sich aus. Nice. Du Arsch! Okay, hier bin ich wieder gut geheilt. Du saß jetzt... Oh, noch so einer. Hier wimmelt es noch so von denen. Kommt noch welche aus dem Haufen? Oh! Shit! Das ist die Müllpresse. Oh. Please state your identity. Äh, Sash Lilac. I'm sorry. I did not understand. Sash Lilac. Did you mean... Squidhead? What? Oh, someone is definitely going to pay for that. And I get the feeling I know who. Anime's Detective. Exiliener Slaughter-Supers. Oh shit, was ist das denn? Oh, man. Oh shit. Okay. Jetzt ballert er auch noch mit Lasern an sich. Das ist ein Robo-Transformer. Oh shit. Ah! Blocken, Arbeiten. Oh shit. Ja, toll. Ich bin aber auch wirklich... Jetzt kommt er wieder da mit. Okay, die Hälfte haben abgezogen, aber er hat schon mehr als die Hälfte von mir abgezogen. Okay. Aufpassen, dass ich hier auch noch zerquitscht werde hier. Das war so eng. So, immer feste Druf. Er ist Bass down. Oh, ich bekomme tatsächlich Energie zurück. Seht sich das an? Aber auch nur ein wenig. Aber ja, ich habe was zurückbekommen. Und das wär's. Da geht er down. Da geht er down. Nice one. Move it! Whew. Thanks, Eskal. Just in time. Where's Mila? The pup's keeping watch outside. I'm here to help you search the place. Or punch things, probably. Have you found the thief? Worse. We found a hideout that's swarming with Revan's robots. That is unsettling news. Did you encounter the villain himself? We haven't found anyone yet. But someone has to be controlling them. Find out who it is. I will assemble a strike force, if necessary. Okay, wir werden im nächsten Part dann bei Shade Armory herausfinden, ob Revan wieder zurückgekehrt ist. Oh, hier gibt's sogar keinen anderen Schatz, sehe ich gerade. Wir haben also hier auch schon alles, alle Hauptsammelgegenstände. Nun ja. Aber, wie gesagt, im nächsten Part werden wir dann herausfinden, ob Revan tatsächlich wieder zurückgekehrt ist, oder ob jemand anders dahinter steckt, der seine Roboter hier kontrolliert. Und wie immer gilt, wenn's gefallen wusstet, ist es bestimmt mit seines Thumbs-up und Kommentar nicht vergessen. Dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt da rein euer Crush for the F. Geht hinein. Bis zum nächsten Mal so ein Let's Play Freedom Planet 2. Also auf Wiedersehen und tschüss ihr Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.